Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Wir sind hier in meinem Salon in Berlin Markus Strauß, Friseur Berlin. Das Projekt Marionette ist für mich insofern sehr wichtig, weil in dieser Zeit, wo wir soziale Kälte haben, wenig Unterstützung finden, ist es umso intensiver zu erleben, was das Projekt Marionette.com ausgemacht hat und welchen Effekt es losgetreten hat. Ich bin so froh, ein Teil davon zu sein. Dank Dana.